Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back auf der YouTuber-Insel und ich möchte heute erfahren, was hinter der Wand ist vom 0. Unheil, um zu sehen, gegen was wir da überhaupt kämpfen müssen. Ich habe dementsprechend hier ein paar Sachen vorbereitet mit Chorusfrucht, Enderperlen und so. Aber sollte alles nicht helfen, werde ich in der Replay-Mod einfach durch die Wand durchfliegen. Ja, als allerallerletzte Möglichkeit. Denn mit der Replay-Mod kann man sozusagen wie im Spectator-Mode einfach durch die Wand fliegen. Ich zeige das gerade mal. Und ich glaube, Leute, damit können wir es schaffen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Bleibt bis zum Ende dran. Denn ich glaube, ich werde der Einzige sein, der sehen wird, was hinter dieser Wand vor sich geht. Ich habe mal nochmal kurz hier den Shader angemacht. Guckt euch mal meine kleine, süße Insel an. Ich glaube, in einem Livestream werden wir die einfach mal fertig bauen noch. Auch wenn wir uns in den Leder zurückziehen. Ich will, dass das natürlich hier fertig bebaut sein wird. Aber dann gehe ich jetzt einmal hier in das 0. Unheil rein. Drei, zwei, eins und los. Und hier sind wir vor dieser Wand. Schäden wir wieder aus, weil sonst sehe ich noch weniger. Wir sind anscheinend irgendwas gestorben. Aber hier ist auf jeden Fall das Labyrinth-Ente gewesen. Das hat man im Livestream gesehen. Wie wir hierher gekommen sind. Und dort hinter dieser Wand verbirgt sich Unheil 0. Tobi hat im Stream noch gesagt, was ich leider nicht mitbekommen habe. Da gibt es noch ein, was von mir zu sagen. Mittlerweile müsstet ihr ja wissen, wie ihr das hier selber aufmacht. Bei Lukas. Was? Seid doch mal ruhig. Ja? Du kennst die Schüsse. Sieht das hier als einen letzten Checkpoint von. Jetzt haben wir von mir keine Hilfe mehr erhalten. Hä? Gar keine. Bedeutet, er mischt sich nicht mehr ein und alles drum und dran. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Zeit, hier rauszufinden, was los ist. Und der erste Trick war ja hier mit F5. Moment, ich muss hier auf Quake Pro stellen. Mit F5 kann man hier so ein bisschen da ganz, ganz nah am Rand, kann man ein bisschen durchluschern, was es da gibt. Man sieht da auf jeden Fall diesen Warped Baum vom Nether. Feuer und das blaue Feuer, also irgendwas mit Soul Sand. Und man sieht so violettes Magenta-Glas. Okay, Leute, keine Ahnung. Abbauen hier drunter bringt auch nichts, weil da sind wieder diese Scrying Obsidian. Aber gut, ich würde es einfach mal ganz simpel mit einer Enderperle versuchen, irgendwo hier vielleicht in die Ecke. Warte mal. Oh, ich dachte schon. Aber das funktioniert nicht. Also, ich kann sie zwar werfen, aber ich lande halt nirgendwo. Da kriege ich bloß die Kommand, dass ich nicht die Area verlassen darf. Vielleicht, vielleicht, warte mal, wenn ich hier, wenn ich hier draufgehe. Oh, okay, da bin ich schon dann zu weit durch. Aber vielleicht von hier aus? Auch nicht, okay. Ja, okay, dann war das jetzt meine letzte Enderperle. Ich habe allerdings noch ein paar Kursfrüchte. Ich meine, ich habe ja auch gesehen unter dem Livestream, wie Leute reingeschrieben haben oder auch in den Kommentarsektionen, dass sehr viele Theorien kursieren, wie man da hinten reinkommt. Aber ich glaube, mit der Replay-Mod hat das noch keiner vor mir versucht. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt. Also, da muss ich ja einfach durchkommen, weil das ist einfach der Spectator-Mode so. Das werde ich schaffen. Ich komme hier durch. Aber jetzt probiere ich es einfach mal direkt hier mit so einer Kursfrucht. Mal schauen. Ich esse sie. Es passiert nichts. Das ist genau das selbe wie mit den Enderperlen. Nein. Wenn mal von hier aus noch. Geht auch, oder? Nein, geht nicht. Und vom Labyrinth aus. Ey, krass, Mann. Ich habe solche Commands auch noch nie gesehen hier mit Permitted to leave the area, Junge. Was ist das? Hier noch? Ne, hier auch nicht. Okay, Digga, das ist crazy. Das ist crazy, Bro. Okay. Das heißt, die regulären Wege auf jeden Fall mit Kursfrucht und Enderperle funktionieren nicht. Mir würde jetzt noch spontan einfallen, dass ich mit der Elytra da irgendwie was versuche. Also, ich klatsche einfach mit voller Karacho gegen diese Wand hier. Ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird. Ansonsten gehe ich einfach gleich wirklich in die Replay-Bot dann rein. Oh mein Gott. Ey. Das wird so krass. Also, ich bin ja dann wirklich die Einzige und die erste Person, die euch zeigen kann, was hinter dieser Wand ist. Deswegen, ich probiere es jetzt mal noch mit der Elytra. Einmal so. Oh. Äh, gut. Äh, so nicht. Sondern so. Nee. Ja, okay. Uh, die sterben jetzt hier. Vielleicht im F5. Moment, ich will volle Herzen haben. Nicht, dass es schief geht. Vielleicht, wenn ich mich so hinstelle und im F5. Nee, auch nicht. Okay. Also, die Elytra hat auch nicht funktioniert. Das ist, äh... Habe ich mir schon fast gedacht. Aber, okay. Ich habe also wirklich jede einzelne Methode ausprobiert. Bedeutet, wir gehen jetzt in diese Replay-Mod rein und werden enthüllen, was hinter dieser Wand ist. Ich mache mal gerade nochmal hier Shader an, Alter. Das sieht so crazy aus. Guck mal, wie das hier auch so reflektiert, Alter. Ist das crazy, was Shader teilweise ausmacht. Aber, ich werde jetzt nicht so viel rumschnacken. Ich gehe direkt mal raus. Na, ihr könnt das hier alles jetzt direkt mal live verfolgen. Hier oben wird abgefragt, ob ich diese Replay-Mod bestätigen möchte. Gehe da auf jeden Fall rein. Und dann haben wir hier die Datei. Acht Minuten ging das jetzt. Okay, krass. Jetzt kann man ja auch mal sehen. Ich bin hier und ich kann jetzt einfach hier durch Blöcke durchfliegen. Bedeutet, ich verfolge jetzt gerade mal kurz die Spur, bis ich hier bin. Perfekt. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich kann jetzt in der Replay-Mod einfach da durchfliegen, durch die Wand. Hier bin ich. Aber ich fahre ja in Persona da und ich fliege jetzt. Und ich fliege jetzt durch die Wand, Alter. Drei, zwei, eins, los. Mein Game ist gecrasht. Hä? Okay, Alter. Das ist jetzt gruselig. Okay, ich habe Minecraft jetzt wieder gestartet und ich gehe jetzt einfach wieder auf die Insel. Das hat wohl nicht geklappt. Dann versuche ich mal was anderes jetzt. Ein Blubo. Ach, äh, hi, Tobi. Was geht? Was hast du denn da gerade versucht? Ähm, äh, äh, wie, hast du mein Crash verursacht? Dazu sage ich nichts. Alter. Ich dachte schon, dass sowas nicht ganz konform ist. Bist du in meinem PC drin, Junge, Alter, was geht? Äh, ich habe auf jeden Fall nichts, nichts gesehen und nichts gemacht und, äh, ja, äh, tut mir leid, Tobi. Äh, das sollte es auch besser. Ich, äh... Das hat was andere Sachen zu tun. Ja, die, weißt du, die Community wollte einfach unbedingt wissen, was da drin ist. Ich, ich habe einfach alles dazu. Das ist hier wirklich die Hähnchen einfach. Okay. Okay. Ja, ja, es tut mir leid, Alter. Und ich gehe, warte mal, ich, hier, 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 drei Goldbarren als Geschenk. Geschenk, ey, Leute. Was bringen wir denn Goldbarren? Den Halt hier. Ich bin Glück mit dem Unheil. Hä? Lässt er mich jetzt hier? Hä? Leute, wo kommen... Wie... Was passiert jetzt? Ich komme ja hier gar nicht mehr raus. Warte, lässt er mich jetzt hier drin? Hä? Was? Okay. Ich bin jetzt hier da, wo, wo... Jus' alte Base war und hier Unheil 4 stattgefunden hat? Alter, Tobi hat das einfach gemacht? Tobi hat mein Spiel... Nee. Bro, der ist einfach in all unseren PCs. Der kann alles beobachten oder so. Ich war ja gerade noch vor der Wand. Ich habe es ja... Also, ich bin rausgegangen, habe die Replay-Mod angemacht, wollte euch zeigen, was dahinter ist. Und auf einmal hat mich Tobi abgefangen und er hat davon gewusst. Wie soll der das denn wissen? Ey, das... Nee, Digga, das ist super gruselig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wenn ich das den anderen erzähle, die glauben mir das sowieso nicht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was hinter dieser Wand ist. Wie das Unheil aussieht. Also, Tobi hat auf jeden Fall richtig ernst gemacht. Freunde, lasst auf jeden Fall dafür einen fetten Like da. Abonniert den Kanal, um sowas nicht mehr zu verpassen, ey. Was zum Teufel? Ansonsten... Bye-bye.